Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Das sind die Highlights der vergangene Woche aus Tirol. Die Woche fing in der Umgebung der Landeshauptstadt mit einem riesigen Stau an. Gegen 555 fuhr ein Lkw auf der A12 in östliche Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache prallte er auf Höhe Fölz gegen die rechte Leitschiene, schleuderte dann gegen die Mittelleitschiene und durchbrach diese. Das Schwerfahrzeug fuhr in der Gegenrichtung noch weiter über beide Fahrspuren und den Pannenstreifen und kam schließlich am Interradweg im Böschungsbereich zum Stillstand. Gleichzeitig kam aus Westen ein Sattelkraftfahrzeug. Der Lenker konnte der auf der Fahrbahn liegenden Leitschiene nicht mehr ausweichen und fuhr auf diese auf, wodurch das Fahrzeug unlenkbar wurde. Das Kraftfahrzeug schleuderte in der Folge auf den in die Gegenrichtung führenden Fahrstreifen und blieb dort stehen. Auch ein PKW wurde in den Unfall mit reingezogen. Die Folge des Ganzen war eine Totalsperre Richtung Landeck und sehr lange Staus Richtung Innsbruck, da es nur eine einspurige Fahrbahn gab. Zu einem anderen Polizeieinsatz kam es am Wochenende. Ein marokkanischer Staatsbürger wird verdächtigt, eine 28-jährige Österreicherin unter Anwendung erheblicher Gewalt und auch durch gefährliche Drohungen in einer Wohnung in Innsbruck festgehalten zu haben. Dem Opfer gelang es schließlich die eigene Mutter zu verständigen. Diese informierte wiederum die Polizei. Beim anschließenden Einsatz drang die Polizei gewaltsam in die Wohnung ein. Die Frau konnte befreit und der Verdächtige festgenommen werden. Eine andere Blaulichtorganisation hatte in der vergangenen Woche ebenfalls einiges zu tun. Die Feuerwehr musste im Bezirk Reuthe in Flach ausrücken. Hier hatte ein Stadel Feuer gefangen und brannte fast bis zur Gänze ab. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt. Großen Einsatz zeigte die Feuerwehr auch in der Landeshauptstadt. Hier brannte das Dach des Volksbankgebäudes in der Museumsstraße. Durch den raschen Löschangriff der Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte ein großflächiges Ausbreiten des Feuers auf die Dachkonstruktion verhindert werden. Am Donnerstag hatte die Feuerwehr abermals zu tun. Diesmal allerdings bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Schulbus. In Flach im Bezirk Reuthe wollte ein Schulbus den Bahnübergang queren. Der Lenker übersah offensichtlich den Güterzug. Laut ersten Informationen wurde der Busfahrer und der Triebwagenfahrer schwer verletzt. Zwei Kinder, ein 12- und ein 13-jähriger Mitschüler wurden in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Sie seien schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Der 45-jährige Buslenker ist in den Abendstunden des 20. Oktober 2022 in der Klinik Innsbruck verstorben. Die Bergung des Fahrzeuges nahm mehrere Stunden in Anspruch. Der Einsatz konnte kurz nach 17 Uhr beendet werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Augen im Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen auch auf Tirol gerichtet. Am Dienstag fanden Hausdurchsuchungen an zwei Unternehmensstandorten sowie weitere Sicherstellungen statt. Der Verdacht von Bestechung, Bestechlichkeit sowie der Missbrauch von Arbeitsgewalt liegt vor. Im Fokus ist vor allem der Signakonzern und mit ihm René Benko. Es dürfte um Steuerverfahren gehen, bei denen Thomas Schmid, der mit seinen Aussagen Kronzeuge bei der WKSDA werden möchte, Benko unterstützt haben soll. Nach Unfällen, Polizeieinsätzen, Renten und Hausdurchsuchungen auch mal eine erfreuliche Nachricht. Das Freizeitzentrum Axams hat künftig wieder eine Gastronomie. Nachdem mögliche Pächter kurzfristig abgesagt haben, wird das Zentrum den Betrieb selbst übernehmen. Eine erfahrene Restaurantleiterin hat man bereits gefunden. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob das Freizeitzentrum sein Konzept halten kann. In einem ersten Schritt sollen zum Beispiel die Gäste an der Poolbar mit Getränken und kleinen Snacks versorgt werden. Wenn ihr keine Nachrichten mehr aus Tirol verpassen wollt, dann registriert euch unter meinbezirk.at slash Newsletter. Zusätzlich gibt es die wichtigsten Nachrichten in der Meinbezirk-Espresso-App. Wer in unsere Podcast-Folgen hineinhören möchte, kann das ebenfalls tun. Unter meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen oder auf diversen Podcast-Plattformen. Das war's auch schon wieder mit dem Wochenrückblick. Alle weiteren Nachrichten findet ihr online auf meinbezirk.at slash Tirol. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund! Dann anschließend mal Elbezirk q killer